so neues spiel neues glück eine kleine runde pubg ein bisschen casual um wieder reinzukommen will er in zukunft eigentlich hauptsächlich fpp spielen dementsprechend kein casual aber ich muss erst ein bisschen wieder ein bisschen in das game reinkommen hier wenn man drei wochen lang nicht gezockt hat oh mein gott ich sag's euch leute alles verlernt alles verlernt ich glaube jetzt links sogar besser oder wissen nicht darüber dann bin ich mir näher und dann versuchen wir mal hier auf den bäscher aufzukommen ja hier wird es glaube ich voll ich spiele wie gesagt gerade noch mal schnelles casual einfach nur um wieder ein bisschen ein bisschen in das game reinzukommen da ist einer in zukunft dann aber wieder fpp hinter mir ist einer direkt hinter mir direkt ohne genau weil nämlich keine waffe da ist okay passt ist eine andere die muss denn da andere wieso kann ich kein zweis natürlich nicht so gut geeignet zum zweiten wir brauchen rettern und kann ich ganz jetzt können wir auch machen ja jetzt können wir das schon besser Ok jetzt können wir uns auf die Jagd begeben so aufs dach und runde rotzen aufs dach und runter rotzen dmr wäre noch cool aber ich missbrauch jetzt erstmal die ich missbrauch jetzt erstmal die m4 als dmr ich weiß die heißt m416 aber ich sag jetzt einfach m4 weil es einfach schneller geht das machen alle profis so habe ich mir und die profis abgeschaut passt ok ich kann auch noch nädlich nehmen wir mit hey skipsen ja wir lassen es mal so oder wir lassen es mal so ein hammer ist aber noch nicht viel da geht um jana komm wir mal schauen mal noch ein bisschen herab von oben herab gerne noch energy wo sonst sind noch burschis da ich hätte gerne noch ein vertical vorgrip ich hätte gerne noch ein vertical vorgrip ja das ist auch ganz schlecht ok los auto auto und dann los ihr hört es wird weniger die meute moved langsam richtung zonen mitte die überfahren wir jetzt alle die überholen jetzt alle von hinten gut möglich dass da uns einiges zum abstauben gibt jetzt gleich man 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 habe ich den dode klein vermisst und übrigens voll lustig der dode klein war voll fleißig die haben chicken dinner geholt ohne ende während ich im urlaub war eigentlich ziemlich cool muss ich mich an der stelle eigentlich nochmal bedanken hier bei meinen clan members und an der stelle natürlich auch nochmal werbung für unseren clan machen dode klein einfach mal mir eine anfrage schicken in pubg das war der typ den vorkse das war dumm was passiert an wenn man das spiel schon längere zeit nicht mehr gespielt hat das oder ist jetzt irgendwo das waren ein paar handys hinter mir irgendwo hier wo wo ist überhaupt mein auto jetzt man der trifft auch noch ne wo bist du ach da das war's oh wie ich sterbe an autos mein gott wie ich an autos sterbe jetzt Wie ich dieses ganze, diese ganzen Short-Kratzen nicht mehr intuitiv drin habe. So, da vorne war auch noch einer. Ich looter jetzt nicht mehr weiter. Ist der Monitor aus. Okay, jetzt ist er wieder. Hier links war einer. Überall sind wir hier. Eins nach dem anderen. Hat der was für mich? Ich nehme das Auto nicht mit. Da vorne steht noch eins, das hole ich mir jetzt. Ich weiß, dass da einer ist hinter dem Zaun. Das ist direkt vor mir einer. Und rechts von mir ist auch noch einer. Und links von mir. Okay, alles klar. Sind überall welche. Da ist ein Motorcycle. Ein Motocross. Moped habe ich gerade gesehen. Irgendwo rechts von mir. Obst du noch mal rein in die Zone erstmal jetzt. Unschön ist halt die Tatsache. Das nehmen wir mit. Das machen wir zu. So. Und jetzt nutzen wir mal die Zeit, um ein bisschen Energydrinks uns rein zu zwirbeln, während die Zone um uns herum explodiert. Wir müssen hier hin. Wir müssen hier hin. Oh shit, wir müssen über die Brücke. Ich flippe aus. Oh, Bridge Game. Sind wir jetzt hier mit der Bombe? Kommen die runter oder nicht? Ich bin genau an der Kante. Das ist wahrscheinlich für mich unproblematisch. Okay. Neue Gaming-Maus. Ich freue mich drauf. Sora Ninja V2. Heißt die so? Ja, ich glaube schon. Ne, ich muss das Auto nehmen. Sonst komme ich da über die Brücke nicht. Noch 36 am Leben. Los geht's. Los geht's. So. Bridge Game, Leute. Bridge Game. Mir wurscht. Ignorieren. Geht über studieren. Wir müssen über die... Jammer. Nix sauberes dabei, ne? Das ist gefährlich übrigens, was ich da mache. Wieder ins Auto einsteigen ist gefährlich. Und ich glaube, ich hätte mir deutlich leichter getan, wenn ich keinen Zweierscope drauf gehabt hätte, sondern einen Red Dot. Diese Drive-Bys sind mit Red Dots einfacher als mit Zweierscopes. Boah, der Wald... Mh, der Wald ist gefährlich. Könnte jetzt hinter jedem Ding einer raushüpfen. War da einer? Warte mal. War da einer hinter... Ich hab's nur ganz kurz gesehen. Ne, war nur ein Tom. Na, okay. Gut. Ich hab's nur zu kurz gesehen. Deswegen. Ähm, wo ist denn unsere Brücke an links? Soll hier auch noch ein Flugzeug? Okay, das war steil. So, hier Auto. Ich hab... Ich hab... Der Moped-Dude ist hier noch irgendwo unterwegs. So. Der ist schon über die Brücke, oder? Ja. Der einbuscht mich jetzt, glaube ich, gleich auf der anderen Seite der Brücke oder sowas. Gut möglich. Aber da ist er. Aber da ist er. Der kann mir jetzt schöne Falle stellen, hier. Shit, shit, shit. Das gefällt mir nicht. Macht er auch nicht. Okay, alles klar. Doch! Steht das das Motor? Ne, das ist ein anderes. Ist nicht seins. Alles klar. Gut. Ich weiß aber wahrscheinlich, wo ich bin, zumindest. Ne, ich mach's haupt schon wieder getan. Wo ist denn unser Moped-Man? Nein. Hinter uns. Bot. Hört sich noch Bot an. Ich hab keine gescheites Sniper. Leider. Leider keine richtig gute Sniper im Start. Ja, schade. Wie viel sind wir noch? 20. Ja, unten irgendwo, ne? Ja, keine Ahnung, wo. Aber ich hab High Ground gegen ihn. Ah, ich sehn. Oder ich hör'n. Er ist hier auf der anderen Seite irgendwo. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Im Haus? Ich kann's nicht sagen. Ich kann's nicht sagen. Ich kann's nicht sagen. Da unten. Oh, scheiße. Es kommen alle. Oh, da geht's jetzt ab. Okay, der hat einen gekillt. Wahrscheinlich sogar ein Player. An der nächsten. Scheiße, hier geht's ab jetzt. Ich hätte die Brücke zumachen müssen. Ich dachte, die sind alle schon drüben. Aber das stimmt doch nicht. Die sind ja noch alle. Nachgekommen mir. Wo ist der andere Kasper? Ich will nicht, dass da ab von hinten einer hochkommt. Das ist hier drüben irgendwo. Trifft aber glücklicherweise nichts. Das kann ich nicht aussprechen. Ich hab schon wieder einen Chicken Dinner geholt. Ey, die Typen sind krass. Eigentlich chill ich jetzt. Eigentlich chill ich jetzt. Das Problem ist, dass mich jeder sehen kann potenziell hier. Weil ich halt echt ziemlich exponiert hier rum. Ah ja. Da hinten ist einer. Es sind noch viele da. Ach, das ist ein Crate. Ich kann. Da hinten pushen. Wollen wir mal. Ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt. Aber. Dann hat sie es wenigstens kantiert. Da war noch was drin, was man hätte mitnehmen müssen. Die ist eigentlich perfekt für meinen Anwendungsbereich hier. Jetzt muss ich nur gechillt bleiben. Ruhig bleiben. Und High Ground haben. Ruhig bleiben und High Ground. Das sind die geheimen Zutaten, die ich jetzt brauche. Hier runter. Wie. 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 Also das gibt es ja nicht Eine von den zwei Kaspern muss ich mir jetzt schnappen Ist nicht unbedingt von hinten gekillt werden, oh man ist das nirg Ja, hab ich noch mal ein paar mal getroffen Ist nur rüber Das ist meine Schuld, dass der noch nicht tot ist, das ist einfach meine Schuld Den hätte ich eigentlich schon haben müssen Das ist meine Schuld Das ist meine Schuld Ich sehe mich. Hässlich Ich treffe nichts mit der Sniper, das ist mein Problem Habe ich auch noch Schuss? Der ist auf der Brücke hier links von mir Der ist auf der Brücke hier links von mir So, wo ist der andere Kasper? Bisschen nervig ist es schon Granate Nee War der geblendet? Ich würde mir die Deathcam gerne nochmal angucken Okay, er hat nicht getroffen Granate hat er mir vorbeigeworfen Blendgranate Nee, er war nicht geblendet, das war ein Fehler Oh, er war nicht geblendet Schade Marmelade Es war knapp, es war knapp, wenn er geblendet gewesen wäre Aber woher kann man feststellen, ob jemand geblendet ist oder nicht? Der hält dann die Hand irgendwie so vor das Gesicht Das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen Okay, nichtsdestotrotz war es ein cooles Match, glaube ich Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Macht's gut, ciao, ciao